Achso, oh Gott, hoch! Was geht ab, Freunde? Schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zurück hier auf dem Kanal mit mir, eure Whitey-Freunde. Part 4 von New Super Mario Boss U Deluxe. Wir sind genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir stehen genau vor der Geistervilla. Ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, weil ich mit meinem Körper davor bin. Aber ich bin genau da, Freunde. Und ich will auch gar nicht lange quasseln. Wir fangen sofort an. Lasst ein Like da. Abo für den Alg... äh, ne, Kommentar für den Algorithmus. Abo auf Ehre. Und denkt drauf, Freunde, 20. Oktober. Mario Boss Wonder. Ja, ich bin da und ich hoffe ja auch rein ins Gespenstergebiet. Let's go. It's a gold time. Ey, ihr gesehen der Buhu? T-Schalter-Paradies. Oh, nee. Oh, nein, das bewegt sich auch noch. Oh, nein! Oh Gott. Also, ist egal. Das war's dann. Das war's komplett. Abkürzung. Ah, schade. Gott. Ich meine, ich hab bestimmt was gesehen. Warte, ich geh noch... 100 pro. Ich weiß, wo ich was verpasst habe. Ich weiß es zu 100%. Ich weiß es zu 100%, wo ich etwas verpasst habe. Ja. So eine Abkürzung, Abkürzung, Kürzung. Die kürzt alles ab, die Abkürzung. Buhu. Sphärische Musik Was? Komm schon wieder nicht mehr mit, ne? Wo muss ich denn hin? Ich war... Was? Was ist das? Warte mal. Ah ja! Ah ja! Das vorher gewusst. Ist gar nicht witzig, Buu. Witzig finde ich das gar nicht. P-Schalter-Paradies. Das kann doch nicht wahr sein. Das war ein Pilz. Ich zeige euch jetzt, wo ich meinte. Passt auf. Jetzt, passt auf, jetzt. Da oben. Ich will nur hier weiterkommen. Hier war ich noch nicht. Das ist einfach nur, um Münzen zu fahren. Das verwirrt mich, das Level, ne? Das verwirrt mich komplett. Da ist selbst die Verwirrung verwirrt. Komplett. Da ist selbst die Verwirrung verwirrt. Da ist selbst die Verwirrung verwirrt. Wo ist denn hier was? Hier muss irgendwo was sein. Warte mal. Kann es sein, dass ich... Kann nicht sein. Oh mein. Wäre zu alt für sowas. Halt, da bin ich komm... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Aha. 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 Na sicher doch. Ist klar. Wenn es mehr nicht ist. Hm? 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 Und jetzt? Hm? 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 Niemals. Geht doch gar nicht, oder? Doch. Ich bin schon wieder verwirrt. Gehen wir auf die andere Seite? Gibt's nicht. Gut, dass ich hier jede Menge Ups sammeln kann. Fass. Fass. Aha. Aha. Ach. Warte. Jetzt. Das ist alles so unfassbar, ne? Das ist alles so unfassbar, wirklich. Wirklich. Ach so. Oh Gott. Hoch. Oh mein Gott, war das knapp. Alter, schneller Pony. Lauf, Mario. Tu was. Tu was, Mario. Lauf, aber lauf, ey. Oh, schnell raus. Ja, klar, sicher. Sicher. Ja, klar. Wenn du ganz fest dran glaubst, Mario. Safe. Junge, was war denn das? So, Wendi, ich bin da. Jetzt gibt richtig Ärger hier, Wendi. Wendi, 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 Wendi. 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 Wendi, Wendi. Wendi, Wendi. Wendi. Weiß ich nicht, ob ich das wollte. Sammeln hier die Ups, ne? Als gäbe es kein Morgen. Das ist ja richtig gut. Ich dachte, oben wäre was. Oh mein Gott. Ja, Junge. Ja, Junge. Ich kämpfe hier. Ich kämpfe. Ich werde... Nee. Hab ich mich jetzt erschrocken? Es gibt... Oh. Ich lebe noch. Oh mein Gott. Ich lebe noch. Wie geht denn das? Digi, der hat mir so hart an der Nase gek... Oh, gleich. Der hat mir so hart an der Nase gekratzt. Wichtig und richtig. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ey, wenigstens noch irgendwie ein Pilz oder so. Also ein Pilz wäre schon ganz fein. Sag ich wirklich, wie das... Weil ohne Pilz jetzt gleich zu Wendy, ne? Das ist nicht gut. Oh nein, oder? Ich weiß doch ganz genau, wie Super Mario trinkt. Ich kenne sie doch alle. Wendy! Wo ist er? Gott, auf Schlittschuhen. Lass die einfach zu mir kommen, würde ich sagen, oder? Oh nein. Oh, nee. Warum? Wendy, warum? Nein. Nein. Nur keinen Fehler machen jetzt hier. Nicht mal, wenn die sterben. Springt die hoch. Springt die runter. Und ihr konntet es nicht sehen. Die hat ihre Ringe gemacht, weil ich mit meinem Astralkörper davor war in der Ecke. Och, die hat die Ringe davor ge... Ich höre gleich. Ich höre gleich. Aber wo sollte ich mich hinmachen? Wo sollte ich mich denn hinmachen? Das war's wieder... wieder mal komplett. Wenn die... Wenn die... Ist so... Ekelig zu mir... Wenn die... Ja. Mein Gott. Normal ist das hier nicht, was ich hier feier. Jetzt wollte ich rennen. Warte, jetzt renne ich. Auf geht's. Ich hole gleich. Ich hole gleich. Oh mein Gott, ich hole gleich. Ich habe gedacht, hier wäre irgendwo noch was. Bootyangriff. Ich hole gleich. Ich hole gleich. Ich hole gleich. Wirklich. Ich hole gleich. Oh! Oh! Ciao, Wendy, ciao! Ruhig mal speichern, so, wo geht's jetzt hin? Ruhig mal speichern, so, wo geht's hin? Das ist mal Game Bowser, der erste Fight. Ich muss da runter, aber wie? 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 Kommt direkt die nächste. Oh! Bitte hört auf. Braucht die, braucht die. Ganz wichtig. Gut. Boah, der will mich, ne? Boah. Schö, 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 schö. Bowser Jr. Ich weiß wie. Ich weiß wie. Warte, jetzt in sein Gesicht. Jetzt. Ja. Wichtig. Halt. Auf geht's. Der trifft. Der trifft. Wir sind Nassau. Wir sind näst da. Ja. Ahem. Wow, wow! Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Arme Wiener! Okay, wo geht's hin? Wo geht's hin? Natürlich speichern wir erstmal, wichtig. Limonadensdschungel. Ach du heiliges. Ach du heiliges. Was? Ha. Achso, okay. Okay, I see. Okay, alles gut. Alles gut. Okay, gehen wir rein. Limonadensdschungel, Giganto-Garten. Erstes Level. Let's go. Des Dschungels. Wir gehen rein. Bab. Bab. Jetzt weiß ich, warum das Ding Gigantor ist, ne? Auf geht's. Oh! Da brauche ich jetzt nicht. Nicht zwingend. Oh Gott. Unglaublich, oder? Wie groß die hier alle sind? Was soll das? Wo ist... Oh nein, die werden da noch klein. Ich brauche die Blume, ne? Denn das Kind beim Namen, ich brauche die Blume. Frage? Nein, da hätte ich den... Warte mal. Wichtig, auch mal Glück haben. Wo ist er hin? Ist das die Erste? Gut. Die sind so groß, ne? Da habe ich leichte Wipes gerade aus dem Mario 64 Spiel. Da war ja auch ein Level umgedrehte Welten, wo wir ganz groß waren, wo die Gegner ganz klein waren. Oder beziehungsweise die Gegner waren ganz klein, wir waren normal. Und auf einmal waren die Gegner ganz groß. Was kann eigentlich die Krone? Nur für Toadette? Okay, kein Problem. Dann ist es so, nur für Toadette. Gott. Nein! ich will hier durch es gibt es nicht gleich okay okay ja das war gut das war gut da ich wirklich bin es das war wirklich sehr sehr gut drei dinge gehen kurz noch hier rein gehen kurz noch hier rein und nein nein wie viele drei ist sowieso egal ich mache das jetzt ohne hingucken einfach auf rände einfach auf rände eins nehmen wir aber mit das ist der weg ja auch wenn wir todette nicht nehmen oder sollen wir mal todette nehmen ich glaube wir können noch mal todette nehmen ja um einmal zu gucken was die krone kann todette würde ich sagen wir nächste folge mit todette ob das der weg meine freunde ja dann nehmen wir nächste freunde nächste folge einfach mal todette wir sehen uns nächste folge wieder lasst daumen nach oben da bis dahin euer whitey tschau